Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Black Flag. Mit dem Flaggschiff entkommen, na, ob das denn geht, so wie wir das uns vorstellen, wird jetzt noch die Frage sein, denn ja, ich kann mit dem nicht schneller als du. Ja, wir halten Stand. Haltet euch fest! Feuer! Nein! Schlag eingesteckt, Petten! Ja, ich merks. Was machen für Aufschlag? Anonym werden, um zu interagieren. Nee! Oder gegen so viele kann ich mich ja niemals mehr behaupten. Wie soll ich da hinkommen? Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür mit euch den Griff! Feindliches Feuer! Feuer! Gegner, feuern! Seht ihr, wenn ich von Anfang an so gekämpft hätte von mir aus, okay, easy, easy. Aber es ist entkommen, es ist nicht, kämpfen Sie. Was soll jetzt das für ein Witz? So viele Segel wie ihr könnt! Okay, okay! Ihr wollt unbedingt sterben, okay! Dann würde ich mal behaupten, sterbt all im Chor. Feuer! 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 Ne? Feuer! Feuer! So geht das, jetzt bin ich sauer. Feuer! Feuer! Und jetzt? Hast du noch was zu melden? Ich glaube nicht. Nicht das schöner als die Hölle, wenn ihr eine mit Gesink will! Feuer! 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 So, jetzt nochmal richtig drauf. Feuer! 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 Nochmal von einer volliger Breitseite. Feuer! 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 ballert hier nur so oh ja keine gnade da bin ich voll für ja nee oder komm schon ich glaube ja oder hier kommt schon jetzt habt ihr echt ein problem so ist übrigens mein schiff meine jackdaw auf meiner ps3 ps3 auf meiner xbox 360 also da da ist auch nichts mehr so wie wisst ihr wie ich mein dass ich das auch nur noch so aus dann machst du noch bum 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 und alles sind wer es ist weg außer die legendären kriegschiffe deswegen sage ich da fehlt noch was hey von hinten anzuschleichen ist nicht gerade fair so sieht das aus wenn mal ein kriegschiff draufballert selbst gegen so eine übermacht fünf minuten easy going legt euch nicht mit mir an wie gesagt wenn ich das von vorher heran gewusst hat er sich direkt so drauf geballert aber nicht aber nicht aber nicht meine präse aber fleißig wie es aussieht lorenz brinz blut wertlos woods rogers ben hornigold sogar tolles denn ich muss wissen was dann verkaufst du es hinter meinem rücken oder hilfst du mir es zu unseren dunsten zu nutzen was immer meinem lebensglück mehr dient ein kleines und kurzes leben das ist mein motto mehr optimismus kann ich mich aufbringen also gut captain kenway verdienst einen blick ja hä habe ich ja indirekt beides gemacht aber okay wenn die mein auch egal dann sind wir hier fertig und gucken mal wo uns denn unsere reise hinführt nur dann hoch okay dann werden wir doch direkt dort hoch segeln kommt noch irgendwas gescheites nicht wirklich nee ich schalte gleich wieder ab wenn das so weiter geht ja das kann man lassen ja das kann man lassen ja 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 süßer ort auf jeden fall aber es ist nicht unser motto sondern mord und totschlag Das war der Wally. kein thema der ist gleich versenkt du kannst ja noch ein bisschen mithelfen noch mal nach was du hier tun willst was hast du wieder zu nörgeln hat es ist ben horny gold der uns kiel holen will der verräter muss sterben doch was da bist du wirklich überzeugt du verdienst das observatorium mehr als er und seine templar nein nicht ganz das muss ich auch gar nicht sagen bloß wenn dir was besseres einfällt im kopf raus damit der abschiede dich von roberts wohl die assassinen bringen sie her und lass sie das ding beschützen ich bringe sie her wenn sie bereit sind dafür etwas springen zu lassen warum man bei der bei dem ist auch alles um geld gehen in diesen nebel hineinzieht wir nähern uns dem rückgrat des teufels das war knapp die hauptsegel das ist immer noch das ist immer noch anschauungssache wie man hier wen versenkt oh man ein kleiner jonah nee nee glaubt ja wohl kaum ich bin zwar jetzt im grünen bereich aber ich sehe nichts ich sehe kein schiff was mir würdig wäre irgendwie jetzt noch weiter zu kämpfen ist zwar eine coole sache schone versenken ist er dort drauf ja ne ist klar so einmal kehrtwendung effekt schone feuer hao wunderbar plotted ich kam immer zu spät ja da auch ja ja wo will ich denn mit der salve hin Hey, Nussschale Ja, und? Oh, der hat eine Kehrwendung gemacht Hat ihm aber nicht gerade viel eingebracht Außer jetzt Dass er ordentlich demoliert ist Nee, nee Und sowieso, wenn ich um sowas rumkurfe Habe ich sowieso bessere Karten So Ich weiß Habe ich schon gesehen Du Nussschale, du Ne? Nochmal Nein Kurz vor Ende Nein Ich wollte euch das dann noch zeigen Wenn wir sie geänderten Vor dem Endern Wollte ich aufhören Nein Und jetzt dürfen wir sicher alles nochmal suchen Oder nee Haben wir jetzt wenigstens voll live So Diesmal wird geschützt So Fick dich Und du kleiner Schoner Fick dich auch Hey Alter Halt deine Backen Halt deine Backen Du scheiße Du auch Junge, Junge Wow Habe ich schon wieder Leben eingebüßt Ja gut Wie das aussehen wird Werden wir im nächsten Fall erfahren Von Assassin's Creed Black Flag Also seid dabei Tödelö Halt deine Backen 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 Halt deine Backen